wie weit die gucken können er kann vom dorf an gerannt nur was sterben hören nichts gesehen ja der war knapp über dir der lustige über mir ja weit über dir wohlgemerkt wie komme ich nach hause geht hier sind überall gegner weißt nicht wie das kommt ich töte ich habe einen enderman getötet du tötest also bist du oder ja ich bin ein enderman miau und ein creeper und creeper man wie komme ich nach hause darauf siehst du dieses unglaublich hässliche ding was andere dumme menschen haus nennen würden über den tatsächlich ich habe ich habe ein village zombie gut gefunden mit rüstung ich wollte noch helfen pass auf wie kriege ich dir jetzt am besten was hatten der musik nach hause und hermann freund wir machen eine reise und töten erst am besten gehst du um den berg rum einfach wenn du zum berg guckst als zu deinem haus rechts rum dann kannst du durch mein haus durch ja ich habe einen neuen freund war das vorhin schon ein creeper doch ist kein creeper das ist ein villager der nicht brennen kann weil er eine krasse rüstung hat warum ist hubdis scheißort mit creepern verseucht ist das denkst du ja eigentlich ja dann geht man auch nicht in hubdis base dann explodiert man komm her willi ich weiß nicht rob was ich benötige etwas von dir das wäre du bist doch voll der krasse potions oder gut oder du bist doch ein portion seiner potions aber ein neues potions ich brauche ein weakness wurf dörner da habe ich kein plan von dann machen wir alle tränke dörer sind es ist ganz einfach du brauchst ein fermented spider eye und danach brauchst du gunpowder und dann hast du dein weakness werf und döner dann kannst du das ja einfach so machen aber ich brauche dich dazu weil du hast den ruhigen stand die das stimmt den kannst du benutzen es geht nicht ich habe nämlich gerade in geistiges problem ein anderes problem dass ich sehr langsam in mein haus bewegt sehr sehr langsam na dann ich habe auch ein problem ich bin ganz weit weg und muss ein eisengrolem töten das auf mich ist ja gut pass auf ich mach das hat nur rb übrigens etwa ich weiß nicht in welchem stock wirklich dann müsste also das brauche ich alles für das fermentierte spinnenauge spinnenauge ja sugar und noch irgendwas kannst du schon im kraftigen menü nicht schlagen aber komm her mein zombie freund ich bin trotzdem auch eine rüstung an hat ja du bist jetzt zum bock der ficker ding fermentierte spinnenauge brauner pilz spinnenauge schuggi schuggi mal gucken ob ich überhaupt alles habe vielleicht habe ich ein spinnenauge aber da ist schon mehr warte mal ich kann doch jetzt easy an dir vorbeigehen oder der wilder nicht nur der verfolgt dich jetzt ja das ist doof warte aua ist jetzt besser ist der dumm das was ich gehe außenrum wir wollen mein card ich habe mein card warte ich schicke es dir habe ich gewonnen ja da fliegt der fährt weg der fliegt weg ist eigentlich okay wenn er hier unten ist nein nein ich meine mein card ding nein warum nicht ich fahre da manchmal ja aber for the time being ich fahre da aber zurzeit natürlich relativ häufig zum bob zum bob ich suche jetzt dinge nicht verschwinden okay okay ich glaube mein card dürfte er nicht das connecten fragezeichen naja darf schon alleine wegen der rüstung nicht verschwinden und ich habe ihm dazu zusätzlich noch ein name gegeben also ja gut ich glaube das ist jetzt relativ safe dass er nicht disconnected sind die kommt einfach gleich verkündet also es ist wie gesagt schon safe in der rüstung okay ich habe ein spinnen auge jetzt brauche ich sogar das was noch brauner pilz von dem pc ich bin mir nicht sicher ob ich das habe und wo habe ich denn noch ein da ein habe ich wenn du schon dann ich weiß nicht ob ich irgendwo buch habe wenn nicht kannst du ja schon noch buch mitnehmen und soja ja wofür dass wir den librarian stand machen können was soll ich jetzt machen weil ich erst mal drei glasflaschen und dann gucke ich zu rob house wie heißt das librarian ding sind die heißes librarian ding ich habe gefunden lektoren bookshelf man braucht ein ganzes bookshelf dafür ja gut dann muss ich wohl leider etwas opfern hier in diesem raum ich habe ehrlich gesagt keine ahnung gut in den drank rein machen nur das spinnenauge ich benutze die fähigkeiten des googles noch zur sicherheit mein graf poschen auf weg schmied da ich habe den vorstand wo verwendet bei der eier water bottle ja wort da ist jetzt so wer hat jetzt war so ein wasser ding aber kein wasser drin wass enttäuscht glaube vollen wird eher schwierig nicht mal einmal zu leihen das ist jetzt alles schrecklich leck und was nicht dein emergency exit da kann ich doch bestimmt wasser einfach abgreifen ich glaube aber nicht dass es sich regeneriert schlechter baut ist glaube ich nichts weg dann zu erst aus okay wir haben ja apple und ich habe mich ja bei dir irgendwelche leute bei mir nein bei ihm ja ja das kann sein dass wir da irgendwo zu dem ja warum ja ja die steht zwischen dein turm und deinem feldhaus und knurren sich an wieso ach so vor die muss ich mal wieder abschneiden oder anzünden oder abschneiden oder abschneiden genau wer ist ein guter zum bob du bist ein guter zum bob kann ich bin ich bin jetzt vielleicht auch demnächst bei der hause rb könntest du mal irgendwie fackeln benutzen deinem haus sind ausverkauft wo bist du eigentlich sollte alles einigermaßen im lager und wenn ich die tür öffne übrigens schon wer das mit wasserflaschen und spermentierte spinnen auch geklappt nicht das macht gar nichts hey das braucht nicht muss die wasserflaschen erst zum an braucht links place dingens das ist bei allen kauten und so was hoffe ich links muss man in das oberlinke feld muss man place spots oder powder ein mal so was habe ich aber nicht ob ich bin von er war auch nicht in der hölle sind die und ich gehe auch nicht hin wegen sowas ja einmal tränke musst du ganz kurz noch die hölle ich bin davon ausgegangen wenn als mir gesagt wurde der rob ist ein krasser pool wie man da hat sie von dort überall geklaut sind die wo hast du die die festung gefunden wir nehmen nichts von der festung mit wir suchen uns halt nur ein place also soll ich jetzt mit dir die hölle aber wenn du mit willst das ist natürlich auch gut ja mir ist langweilig ehrlich gesagt ich fahre jetzt erstmal wieder nach hause ich mache mir auch kurz ein welt obwohl ich habe hier glaube ich kann heißen hast du nicht ein schild ein schwert ich habe komischerweise in meinem inventar schwert bekommen heißen heißen das war ganz komisch war einfach aber warte ist das schwert für dich das wäre ich viel besser weil ich bräuchte nur heißen weil dann kann ich meins verbessern mit verbessern meine kann ich reparieren das ist für mich dass ich das jetzt ich gehe mal davon aus du kannst dir selber so was leisten ja nicht in dieser welt ja natürlich nein es gibt ein kleines problem erzähl mir mehr von deinem kleinen problem ich habe gar nicht in dieser welt ich habe noch ein bisschen du schnabber ja genau wisst ihr oder wisst ihr nicht ja klar ich habe dich dazu gestimmt tatsächlich nichts wo ich es noch ging wobei was auf ich mache das schlau also wenn du runterkommst kannst du dir eisen zum reparieren holen aber ich gucke mal gerade vielleicht finde ich einfach eine blaze rot in meinem keller an meinem keller sammeln sich komische dinge an denn hier manche hat haltbarkeit drei wow sind wir wieder mit dem nether ich komme mit nether nether was ist das ich weiß es nicht okay ich habe ja mal keine blaze rot gefunden ein schild kann dem namen folgen wow so schnell war ich noch nie so pass auf aber ich lege mal ein stack pfeiler so viel brauche ich wahrscheinlich nicht schild brauche ich holz dann nehme ich mir wahrscheinlich ganz viel erde oder cobblestone mit wahrscheinlich cobblestone ist besser oder was wir bauen müssen wie war es mit dem schild war das so nein nein ich nehme mir mal eisen wie viel darf ich nehmen wie viel brauchst du zum reparieren weiß ich nicht also was du darfst dir auch alles nehmen wenn du dafür mit mir später minen gehst ich geh minen ok wie viel ist das insgesamt zwölf eisen hätte ich noch zum braten die sind meiner berüstung aus halb im arsch aber das ist okay gibt es sonst noch irgendwas die laternen könnte ich mal eigentlich da lassen ich sollte betten mitnehmen falls wir was explodieren lassen wollen hallo also ich habe ja ich brauche ich noch irgendwas zu bauen ja ein steak kubblé sollte funktionieren kubblé Terracinal ich habe das nur hier spektiv microphone ja das muss man es 여기는 sagen dann liegt mit der be childobs mit der live hollte auch mit dem gibt es keine creeper fische mir reicht schon die fetten miesen ich hab voll vergessen dass zonbob darum steht der hat mir das gesicht geschlagen habe ich mir weg gefahren lasst zonbob in ruhe den braucht schon wer benutzt du nicht kuscheln zonbob ist ein wichtiger member ist wenn du ihn wieder zurück verhandelt ich glaube der wird sich freuen dass ein schöner name finde ich auch ich habe mir mühe gegeben warte warte war schon hast du ein banner stand in deinem haus ja geil ich habe ein bisschen wolle am lufttempel wie macht man banner hübsch spanner schaust du am besten im internet an ich bin schon eher schlau ich brauche wahrscheinlich von dir aber ein stick oder sowas ich um jetzt erstmal meine wolle da kann ich so richtig geilen pinken schild der gay geilheit machen also ich wäre schon bereit aber ich habe hier sogar ein bisschen holz ich habe jetzt halt kein so water cauldron dass wir sagen oder ein banner ding ist hier oben was ist das webstuhl ist ein webstuhl gibt es nicht so extra bannertische das ist ein bannertisch okay was ist das warum okay aber wie man jetzt erst mal pass auf wenn ich fragte ich wenn du welche pisse schon ja hast du ein papier und eine blume für mich papier und eine blume ja egal welche blume aber ich bräuchte auch ein papier aber hier wirst du wahrscheinlich nicht finden doch hier ist papier drin in der ruhe du doof du bist auch blind hast du eine blume eine blume ich brauche dringend schon mehr warum siehst du dann ist wichtig worauf steht das da sind ja sind die blume du hast auch immer blumen dabei hast du keine hose das ist blauer farbstoff aber das auch cool oh gott sind wie viel exp hast du komm mal mit heute mehr jetzt blumen oder geht es nicht darum wir suchen auch nach blumen aber noch viel wichtiger ich habe keine exp mehr und ich habe noch drei eisen im inventar mein helm ist was kaputt ich habe noch ich habe die experts aufbauen oder ich gehe zu mir nach hause ich habe mir die blume macht mir noch bücher hübsch ich gebe zum aber noch ein knütchen glaube ich warte 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 mach nur zwei eisen darauf ich habe noch schuhe das wird so geil das schon wäre einer du bist so freund für mich danke danke sind die also habe ich blumen schauen wir mal ich gehe ich weiß nicht ob es die marguerite sein muss aber ich glaube es stand einfach nur blumen ich habe das ist die einzige blumen die ich habe gleich zwei die einzige zwei blumen die ich habe dann geht es nun zurück zu